Zur Recherche noch ein kleiner Nachtrag, denn mittelalterliche Kunst kann recht irreführend sein. Beispielsweise würde jeder, der dieses Bild sieht, davon ausgehen, ohne vorheriges Wissen, dass es wirklich eine große Gruppe von Adeligen und Soldaten und Rittern gab, die farbig waren im Mittelalter. Allerdings ist das eine Darstellung des heiligen Moritz und der Thebischen Legion. Jemand, der im vierten Jahrhundert unter den Römern heilig gesprochen wurde. Ja, es ist eine Eigenart des Mittelalters, dass man Leute in einer Tracht darstellt, die zeitgenössisch ist, zu dem, was gerade passiert. Das heißt, es wurden zum Beispiel Bibelszenen oder Szenen aus dem Römischen oder dem Griechischen dargestellt, aber alle haben Rüstung und Kleidung getragen, die für die damalige Epoche, in der das Bild gemacht wurde, zeitgenössisch war. Das heißt, man kann relativ leicht zu Irrschlüssen kommen, was genau dargestellt wird. Und zum anderen sind viele Darstellungen von Farbigen, die ich gefunden habe, der heilige Moritz. Oder St. Maurice, wenn man das so aussagen möchte. Einfach, weil das einer der bekannteren farbigen Heiligen war und jeder, der sagt, aber im Mittelalter gab es total viele Farbige, sofort ein Bild von ihm hernimmt. Aber natürlich gibt es auch legitime Darstellungen von farbigen Mittelalter, die nicht irgendwelche christlichen Heiligen sind. Zum Beispiel von Paul Hector Maier, der Kampf mit zwei Sicheln, in dem einer der Kämpfer schwarz ist, von etwa 1550 aus Deutschland. Die Markischowski-Bibel, in der ein farbiger Ritter auftaucht, etwa 1250. Und von Clemens Specker gibt es in der österreichischen Chronik der 95 Herrscher eine Darstellung von dreifarbigen Krämern, datiert mit 1479. Was heißt, ja, es gab farbige Mittelalter in Europa, aber man muss bei Kunstquellen ein bisschen aufpassen, was genau die Kunstquellen darstellen und von wann sie kommen.